Ihr Christen seid böse, ihr Christen seid intolerante, dogmatische Hetzer. So etwas hört man ja immer wieder, sowas ist auch mir schon des Öfteren ins Gesicht geschleudert worden. So etwas ist eigentlich ein Einwand, der immer wieder kommt. Wir seien intolerante, dogmatische Hetzer. Wir sollten einmal unser Denken befreien. Wir sollten einmal viel toleranter und offener werden. Nun, zunächst einmal muss dazu Folgendes gesagt werden. Das Christentum basiert auf einem Fundament, das nicht ideologisch ist und nicht vom Menschen konstruiert wurde, sondern es basiert auf der Offenbarung Gottes. Das ist keine Annahme, die wir einfach voraussetzen als Christinnen und Christen, sondern das ist und bleibt eine Annahme, welche wir kommunizieren, nicht aus einer ideologischen Dogmatik heraus, sondern aus einer Dogmatik, die von Gottes Willen abgeleitet ist. Als Christen sind wir der aufrichtigen Überzeugung, dass Gott sich in Jesus Christus geoffenbart hat und wir als Christen argumentieren nicht so, dass wir sagen, ja, das müsst ihr halt einfach glauben und das hat auch nie irgendein Christ gesagt, sondern Christinnen und Christen waren immer schon Apologeten, die für ihre Überzeugungen eingestanden haben, die ihre Überzeugungen mit Willenskraft verteidigt haben und die tatsächlich auch argumentativ die ganze Sache verteidigt haben. Wie hat sich denn das Christentum ausgebreitet? Nicht mit dem Schwert. Das Christentum hat sich ja nicht durch das Schwert ausgebreitet. Das Christentum hat sich vielmehr dadurch ausgebreitet, dass wir als Menschen zu anderen Menschen gegangen sind und dort die Liebe Gottes offenbar haben werden lassen. Die Apostel, vor allem der Apostel Paulus und der Apostel Petrus, sind umhergereist auf ihren Missionsreisen und haben die Wunder Gottes durch ihre Hand getan und deswegen haben sie begründet, dass das Christentum nichts ist, dass man einfach glauben muss, sondern dass es eine Offenbarung ist und Offenbarung ist etwas, das nicht im hintersten Winkel irgendjemandem geschieht oder dass irgendjemandem einfach mal einfällt, sondern das ist etwas, das öffentlich geschehen ist und das Christen wie Skeptiker erlebt haben und das Christen wie Skeptiker auch tiefgreifend transformiert und verändert haben. Das bedeutet, der Vorwurf, dass das Christentum intolerant sei, ist zunächst einmal mit dem Argument zu beantworten, dass das Christentum eine positive Option ist, die auf einem festen Fundament steht. Das bedeutet, wir Christen hetzen nicht, wir Christen laden ein. Und wir Christen begründen diese Einladung damit, dass es sinnvoll ist, dem Allmächtigen Gott zu folgen, da es nun mal so ist, dass wenn Gott existiert und wenn Jesus Christus die Offenbarung Gottes ist, dass das Sinnvollste und das Wichtigste ist, das es geben kann, dann kann es nichts Wichtigeres geben. Und das Christentum kann nur zwei Möglichkeiten haben, es kann entweder wahr sein oder falsch. Und dadurch, dass wir gute, nein nicht gute, beste Gründe dafür haben, anzunehmen, dass das Christentum wahr ist, ist es auch wichtig und ist es ein Akt der Nächstenliebe, den Menschen diese Liebe nicht vorzuenthalten, sondern ihnen stattdessen davon zu predigen. Die Frage der Toleranz lässt sich wie folgt beantworten. Das Christentum lehrt grundsätzlich Nächstenliebe und Respekt gegenüber jedem Menschen, unabhängig von seiner Herkunft, seinem Glauben, seiner Lebensweise, seiner körperlichen Behinderung, seinem körperlichen Aussehen oder was weiß ich auch immer. Jesus selbst gab uns das Gebot, unsere Nächsten zu lieben, sogar unsere Feinde. In der Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 wird dies besonders deutlich. Doch das, was heute unter Toleranz vermarktet wird, ist ein falscher Toleranzbegriff. Denn Toleranz wird heutzutage als Begriff einfach nur ganz eng geschnürt auf gewisse aktuell akzeptierte Dinge, wie zum Beispiel muss heute jeder unkritisch seine Übereinstimmung mit der Genderideologie, mit dem Gendern oder gar mit der Homo-Ehe zum Besten geben, da man ansonsten als intolerant vermarktet wird oder als intolerant gebranntmarkt wird. Und das Problem dabei ist schlicht und ergreifend, dass dieser Toleranzbegriff selbst zur Intoleranz führt, denn alles, was intolerant ist, wird dadurch ausgeklammert. Und das, was intolerant als intolerant bezeichnet ist, muss auch nicht immer intolerant sein. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass Toleranz zwar bedeutet, dass wir allen Menschen mit Respekt begegnen. Und das haben wir ja auch ganz klar als Verordnung. Jesus sagt, wir sollen allen Menschen mit Liebe und Respekt begegnen. Der Katechismus sagt mehrfach, wir sollen den Menschen mit Liebe und Respekt begegnen. Wir sollen ihnen mit Takt und Mitgefühl begegnen. Und wir sollen sie in Liebe einladen zur Offenbarung Gottes. Allerdings bedeutet Toleranz, wirkliche Toleranz, nicht die Zustimmung zu allen Ansichten oder Verhaltensweisen. Es ist durchaus möglich, eine andere Meinung zu respektieren, ohne sie zu teilen. Das heißt, wenn jemand in einer homosexuellen Beziehung offen lebt und wenn jemand diese homosexuelle Beziehung auch durch den sexuellen Akt begleiten lässt, genauso wie wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, er ist zwar nicht verheiratet, aber hat trotzdem Sex, dann leiten wir als Katholiken daraus nicht ab, dass wir diese Menschen diskriminieren, in dem Sinne, als wir ihnen wehtun oder dass wir ihnen Schaden zufügen oder dass wir sie beleidigen. Aber, und das muss halt auch ganz klar sein, wir als Katholiken haben dennoch das Recht, klar zu machen, dass das gegen die Ordnung Gottes verstößt, laut unserem Glauben. Und dass wir diesen Glauben nicht einfach aus Spaß daherplappern, sondern dass wir dafür auch konkrete Belege und Beweise haben. Und ich denke, wenn man sich offen und wirklich tolerant auf den Katechismus, auf die christliche Botschaft einlässt, dann wird auch einsichtig, warum Christen manche Dinge nicht wollen. Denn das Christentum ist keine Botschaft, die zu allem Nein sagt, sondern das Christentum ist eine Botschaft, die positiv bejahend ist und die man auch positiv bejahen kann. Es ist die Offenbarung Gottes, es ist die Offenbarung der Liebe Gottes und es ist die Zuneigung Gottes zum Menschen. Und diese Zuneigung anzunehmen, heißt, zahlreiche Dinge anzunehmen, wie die Liebe Gottes, wie die Liebe zum Nächsten, wie die Liebe zum Feind und wie die Erlösung in Jesus Christus, dem Herrn. Und dabei ist es dann ganz besonders wichtig, dass man dann klar macht, dass das zwar eine Einladung ist, die angenommen werden kann und positiv ist, wir sind ja nicht gegen irgendetwas aus Prinzip oder wir sind ja keine Anti-Haltung, sondern wir sind eine positive Option als Christentum und als katholische Kirche, als katholische Gemeinschaft und wenn man das einmal verstanden hat, dann wird auch einsichtig, wenn man in dieser Liebe Gottes lebt, wenn man diese Liebe Gottes erfahren hat, warum gewisse Lebensweisen von Christen als nicht vereinbar mit der göttlichen Ordnung gesehen werden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Kirche unterscheidet also klar zwischen dem Respekt gegenüber der Würde des Menschen und der Ablehnung bestimmter Haltungen und Handlungen, die gegen die Offenbarung stehen. Diese Ablehnung richtet sich nicht gegen die Person selbst und verneint nicht die Person in ihrer Individualität, verneint nicht die Person in ihrem Selbstverwirklichungsrecht, sondern verneint die Haltung und wir als Christen versuchen nicht, diese Person zu verurteilen. Wir verurteilen keine Personen, sondern wir versuchen einsichtig zu machen, warum manche Dinge gegen das Gebot Gottes verstoßen. Und das sage nicht ich daher, weil ich damit nicht einverstanden bin, das sage ich, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass der positive Aspekt des Christentums das deutlich macht, was eben nicht geht und dass das, was nicht geht, einsichtig gemacht werden kann aufgrund der Schöpfung, weil Gott diese Schöpfung so gemacht hat, wie sie gemacht ist. So muss man das nämlich sehen. Und dann richtet sich die Ablehnung nicht gegen die Person selbst, sondern gegen das Verhalten, das als sündhaft betrachtet wird. Toleranz als Begriff heißt also, dem anderen seine Würde als Mensch zuzugestehen, aber nicht automatisch alles gut zu heißen, was er tut oder glaubt. Denn es ist nun einmal so, die verschiedenen Religionen und Ideologien haben nicht einfach den gleichen Nenner und berichten alle im Grunde ja das Gleiche, sondern jede Botschaft ist für sich isoliert und vereinzelt zu betrachten. Natürlich gibt es gemeinsame Nenner, aber diese gemeinsamen Nenner sollen nicht dazu verleiten, zu glauben, dass wir im Grunde das Gleiche lernen als katholische Kirche, wie es die Juden tun, wie es die Muslime tun, wie es die Hindus und Buddhisten tun. Da gibt es auch wirklich signifikante Unterschiede. Und Tatsache ist, es kann ja nur eine Sache wahr sein. Es kann ja nur eine Religion wahr sein oder alle sind falsch und der Atheismus ist wahr. Und es gibt eben starke Gründe, wenn man sich den Befund ansieht, die zu glauben, dass es die christliche Botschaft ist, die die Wahrheit ist und dass die christliche Botschaft nun also auch aus historischer Sicht und aus Sicht der Botschaft des Christentums heraussticht. Ich denke, das wird einsichtig, wenn man die christliche Botschaft einfach mal offen studiert. Dass die christliche Botschaft also ganz besonders ist und besonders heraussticht, weil Gott einer von uns wird, weil Gott uns aktiv als Mensch dazu einlädt, weil Gott ja selbst sich wirklich ganz offenbar gemacht hat und mit den Menschen zusammengelebt hat, wirklich klar und greifbar für die Menschen wurde. Zeigt das doch nun wirklich, dass diese Liebe Gottes so einladend ist, dass wir tatsächlich sagen können und sagen müssen, wir haben mit Jesus Christus eine Offenbarung Gottes und diese ist eine Einladung. Und diese Einladung rechtfertigt, dass wir gewisse Dinge zulassen und gewisse Dinge ablehnen. Das Christentum ist in der Tat eine Religion, die auf Dogmen basiert. Was sind Dogmen? Das sind keine starrsinnigen Konzepte, in die man sich verfährt, sondern das sind nichts anderes als fest definierte Glaubenssätze. Zunächst einmal ist es wichtig, fest definierte Glaubenssätze zu haben, denn ein Fundament, das sich relativieren lässt, ist per se kein Fundament. Ein Fundament ist etwas festgesetztes, etwas, an dem man festhalten kann, ein fester Anker, etwas, auf das man vertrauen und bauen kann. Und wenn dieses Fundament nicht da ist, weil man sagen kann, naja, wenn es uns halt nicht mehr passt, die Botschaft, dann können wir einfach daran rumschrauben und sie dem Zeitgeist anpassen, ist es keine Botschaft Gottes mehr, ist es keine Botschaft der natürlichen Ordnung mehr, sondern es ist vielmehr eine Botschaft des Zeitgeistes. Da sich der Zeitgeist allerdings wandeln kann und nicht immer zum positiven Wandeln, wandelnd zeigt das im Grunde einfach, dass man naiv irgendetwas hinterherläuft, aber nicht Gott. Das bedeutet, man macht sich sein eigenes Konstrukt, man knödelt sich sein eigenes Ding zusammen, wenn man es so sagen will. Und was man eben auch ganz klar sagen muss, ist, dass es überhaupt keinen Halt geben kann in einer Botschaft oder in einer Anschauung, in einer Religion, in einer Beziehung, in der das Fundament relativ ist. Denn wenn es, der Fisch stinkt vom Kopf her, wenn es schon am Fundament krankt, wenn das Fundament ich schon gar nicht habe, ja, worauf baue ich dann überhaupt? Was ist dann überhaupt mein Ziel? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das bedeutet, fest definierte Glaubenssätze sind nicht einengend, sondern sind Hilfsmittel zum Kommen zur Wahrheit und sind notwendig, um ein festes Fundament zu haben. Anpassungen kann man in der Tat durchführen, wie es das Zweite Vatikanische Konzil auch tat, in der Verkündigung und in der liturgischen Anpreisung dieser Dogmen, aber nicht an den Dogmen selbst. Und diese Dogmen, die sind nicht menschlich konstruiert worden, um irgendwelche Menschen einzuengen oder zu diskriminieren, sondern beruhen auf dem, was die Offenbarung Gottes ist und sind über Jahrhunderte hinweg in Auseinandersetzung mit theologischen, philosophischen und ethischen Fragen gewachsen und befruchtet worden. Dogmen sind also Pfeiler, die die Wahrheit bewahren sollen. Sie dienen nicht dazu, die Menschen zu unterdrücken, sondern dazu, die Wahrheit, die Christen als durch Gott offenbart betrachten, zu bewahren und zu verkünden. Außerdem muss man verstehen, dass Dogmen im Christentum keine starren und lebensfernen Prinzipien sind. Es sind einfach keine starren und sinnfreien, lebensfernen Prinzipien, sondern sie sind das Fundament des Glaubens, das uns Orientierung und Halt gibt. Diese Glaubensgrundlagen bieten dann Christen eine tiefe innere Freiheit, da sie ihnen einen Rahmen bieten, indem sie nach der Wahrheit und dem Guten streben können. Das Christentum ermutigt zu einer tiefen Reflexion und zum Dialog den Theologen, was in der Tradition, wie es in der Tradition der Kirchenväter, den Theologen und Denkern der Kirchengeschichte stets zu beobachten war. Das bedeutet, Intoleranz an und für sich ist ganz klar eine Verwechslung, also da liegt offensichtlich eine Verwechslung vor zwischen Toleranz und fester Überzeugung. Bestimmte moralische Werte und Wahrheiten existieren und das Christentum glaubt an objektive moralische Wahrheiten und es gibt objektive moralische Wahrheiten. Ich habe es eigentlich schon tausendmal gesagt, wenn jemand 3 plus 3 ist gleich 7 sagt, wenn jemand davon ernsthaft überzeugt ist, dann ist das kein Grund, ihn in seiner Würde anzugreifen, dann ist das kein Grund, ihn zu diskriminieren oder ihm zu schaden. Aber man wird doch wohl noch sagen dürfen, dass das schlicht und ergreifend Stumpfsinn ist. Wenn also etwas nicht der Wahrheit entspricht, dann muss man ganz klar sagen, Fakten sind nicht intolerant. Fakten treffen zu oder wenn sie nicht zutreffen, dann sind es keine Fakten, dann sind es Fake News. Und da muss man dann ganz klar sagen, es gibt eine Unterscheidung zwischen dem, was als wahr betrachtet werden kann und zwischen dem, was falsch ist. Wenn ich also sage, der Islam ist falsch und das Christentum ist wahr, sage ich das nicht, um Menschen zu verletzen, sondern ich sage es, weil es der Befund hergibt. Das Christentum basiert auf der Offenbarung Gottes und der Islam basiert auf den Hoffnungen und Täuschungen eines Kriegsführers. Das ist nichts, was ich sage, das ist nichts, was ich mir so festgelegt habe. Das ist etwas, das der Blick in die Geschichte und das der Blick in die Theologie einfach offenbart. Dann die Behauptung, Christen seien Hetzer. Kompletter Schwachsinn. Denn das Christentum ruft nicht zur Gewalt und auch nicht zur Verunglimpfung anderer auf. Es ruft, wie gesagt, zur Nächstenliebe, zu Frieden, Vergebung und Versöhnung, zu Feindesliebe und zu sozialer Gerechtigkeit auf. Und aufgrund dieser Nächstenliebe sind wir als Christen dazu aufgerufen, die Botschaft der Liebe Gottes zu teilen. Denn die Botschaft der Liebe Gottes, anderen Menschen offenbar zu machen, ist ein Akt der Liebe und nicht ein Akt der Intoleranz. Wenn Menschen das nicht annehmen, diese Offenbarung nicht annehmen, sagen wir Christen nicht, ja, du bist ein Vollidiot und jetzt haue ich dir einfach mal einen Stuhl aufs Maul oder was weiß ich auch immer. Sondern ich sage dann ganz klar, ich kann dich als Person lieben, schätzen, respektieren, auch wenn unsere Standpunkte auseinander gehen. Aber ich verschließe meine Augen nicht vor der Tafel den Tatsachen, dass du nach meiner Überzeugung das selbst dann mit Gott ausmachen musst. Und das ist so. Am Ende wird sich Gott mit dir unterhalten. Gott wird sich mit dir unterhalten. Nicht ich, der christliche Idealist, werde mich mit euch über eure Überzeugungen unterhalten und ob ihr meine Videos angesehen habt, sondern der Herr und Gott Jesus Christus wird sich mit euch darüber unterhalten, ob ihr die Gaben, die er euch gegeben hat, genutzt habt, oder aber, ob ihr Jesus Christus ignoriert habt und so gelebt habt, als sei er nicht da. Denn wenn man lebt, als sei Gott nicht existent, trennt man sich von Gott und dann braucht man sich doch nun wirklich nicht zu wundern, dass diese Trennung von Gott in Diesseits, seine Trennung von Gott im Jenseits stattfindet, weil das ist eine Entscheidung der Seele, das ist ein Seeleninhalt. Das bedeutet, das ist nicht intolerant, sondern das ist einfach nur eine Wahrheit, eine offenbarte Wahrheit. Und es ist einfach auch naiv zu glauben, dass jeder Mensch in den Himmel kommt und dass jeder Mensch unabhängig davon, was er tut, irgendwie Recht hat. Es gibt Menschen, die haben Recht und es gibt Menschen, die haben nicht Recht. Das hat nichts mit der Würde der Person zu tun, das hat mit einzelnen Meinungen zu tun, die entweder zutreffen oder eben nicht. Und deswegen muss man hier ganz klar unterscheiden, aber diese Unterscheidung wird nicht gemacht. Es wird einfach als intolerant bezeichnet. Wie könnt ihr Christen sagen, dass Atheisten in die Hölle kommen? Wie gesagt, das sagen erstens nicht wir, das sagt die Offenbarung Gottes, zweitens für diese Offenbarung gibt es Gründe und drittens ist das Christentum keine Offenbarung, in der es darum geht, alle zu verdammen, die nicht der Meinung Gottes sind, sondern, dass die Menschen frei dazu eingeladen sind, aus freien Stücken zu erkennen, wer Gott ist, warum er ist und wie er ist. Das heißt, dass das eine positive Option und keine Hetze ist. Hetze wäre es dann, wenn ich sage, das habe ich jetzt so gesagt und jeder, der es nicht sagt, ist ein Vollidiot. Übrigens merke ich da ganz klar Überschneidungen zum islamischen Propheten Mohammed zum Beispiel. Denn Mohammed hat ja nicht wie Jesus Wunder getan. Mohammed wurde ja nicht beglaubigt, sondern Mohammed hat einfach gesagt, so und so und so ist es, ohne jede Grundlage. Diskussionen hat er strikt abgelehnt. Jesus hat stattdessen Tischgemeinschaft gepflegt mit seinen Kritikern. Oder Richard Dawkins, der immer wieder kritisiert, dass das Christentum intolerante Hetze sei, oder dass Religion intolerante Hetze sei, die uns zurückwirft. Ja, wer tut denn mit Bussen, mit Aufschrift, es gibt keinen Gott, also lebe, als gäbe es keinen durch die Städte. Wer beleidigt denn ständig jeden, alles und jeden, der sein Buch nicht liest und versteht. Wer beleidigt denn die, die nicht mit ihm übereinstimmen. Als John Lennox ihn zum Beispiel in seinen Debatten knallhart auseinandergenommen hat, hat er dann in Abwesenheit von Richard Dawkins einen Vortrag gehalten, in dem er John Lennox lächerlich machte und trotz seines Professortitels für Mathematik an der University of Oxford, ebenfalls übrigens eine Uni, die dem Christentum zu verdanken ist, gesagt, ja, das ist ja ein Wissenschaftler, der glaubt, dass Jesus Wasser zu Wein verwandelte, ha, 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 ha. Erstens zeigt das schon eine dogmatisch-ideologische oder eine ideologisch-dogmatische Verengung seitens Dawkins und zweitens zeigt das auch eine Intoleranz, denn Dawkins selbst ist nur ein Mensch, Dawkins selbst ist ein sehr fehlbarer Mensch, wenn man in sein Leben schaut und da zeigt sich dann, dass er oftmals eben Argumente präsentiert, also eigentlich immer Argumente im religiösen Bereich präsentiert, die schlicht und ergreifend nicht einleuchten und wenn Menschen darauf hinweisen, dann sind diese Idioten und dumm, weil sie Dawkins Buch nicht verstanden hätten. Das ist wahre Intoleranz, das ist gelebte Intoleranz, aber wenn ich als Christ glaube, dass etwas von Gott kommt und dass Gott mich nicht dazu auffordert, Menschen zu schaden, sondern Menschen die Einladung zur ewigen Liebe zu unterbreiten, kann ich nicht erkennen, wo das intolerant wäre. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, Kreuzzüge, Inquisition, erstens Kreuzzüge, Alexius der Erste hat sie bestellt, nachdem im Jahre 1074 es losging hier in Jerusalem, dass Christen und Juden von den muslimischen Invasoren unterdrückt wurden und das Land angeeignet wurde und Heiligtümer zerstört wurden und die angeblich so böse Inquisition, wisst ihr eigentlich, dass die Kirchengerichte zu milden Urteilen neigten und dass die Kirchengerichte vor allem auch dazu da waren, den Menschen ein faires Urteil zu ermöglichen. Wisst ihr eigentlich, dass Heresie damals nicht nur von der Kirche, sondern auch vom Staat als eine Sünde im Gesetz eingeschrieben war. Das war ein gesetzliches Verbrechen, die Heresie, ein Verbrechen gegen die soziale Ordnung und da gab es oft Unruhen, weil auch die Valdenser und die Katarra, die haben auch Übergriffe gemacht auf Klöster, auf andere Menschen und die Katarra vor allem waren eine Sekte, die zutiefst lebensverneinend waren und sich teilweise im Winter nackt rausgelegt haben, nur um zu sterben, damit ihre Seele erlöst wird und die Kirche hat dort Leute hingeschickt, die Inquisition hat dort Leute hingeschickt, nicht um diese Leute zu ermorden, sondern um sie zurückzubekehren, um mit ihnen einen Dialog zu führen. Es wurde also stets ein Dialog der Kirche mit diesen Menschen angestrebt. Ja, aber am Ende wurden die Katarra doch vernichtet. Ja, das stimmt, aber nur, weil der päpstliche Legat, der dorthin gesandt wurde, von den Katarern vernichtet wurde. Und der Kreuzzug, der dann von Papst Innozenz III. angeleiert wurde, hatte dann eben zur Folge, dass diese Menschen in ihrer politischen Autonomie etwas zurückgedrängt wurden. Denn wenn ein Reich das andere angreift, einen Anschlag auf einen Botschafter macht, ist das eine Kriegserklärung. Und die Katarer hatten damals gewisse politische Autonomie genossen dort, wo sie waren. Und dass auch die ganzen Armeen, die weltlichen Armeen, diese Massaker angerichtet haben. Und Papst Innozenz III. diese Massaker überhaupt nicht angeordnet hat. Sondern dass das dann ausgeartet ist, was auch maßgeblich mit weltlichen Interessen, die dort hineingeflossen sind, zu tun hatte. Ja, auch das ignoriert man geflissentlich. Und übrigens ist auch das Argument, ja, was ist dann mit dem und was ist dann mit dem, nicht nur oft ein schlechtes Argument, weil es einfach historische Uninformiertheit bedeutet, sondern, wenn man auf die eigene Geschichte schaut, dann ist es sehr schlecht, mit einer anderen Geschichte abzulenken. Ich kann nicht jemanden umbringen und dann sagen, ja, aber du hast ja letzte Woche geflunkert. Ich kann nicht in ein Geschäft einbrechen und sagen, ja, Jeffrey Epstein hat aber zahlreiche Menschen vergewaltigt. Ich kann nicht hergehen und ein Haus anzünden und sagen, ja, aber die Russen zerbomben ja die ukrainischen Menschen. Das hat doch das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und wenn du jetzt sagst, ja, du übertreibst jetzt. Nein, ich übertreibe nicht. Denn mit der Kirchengeschichte etwas zu entschuldigen, was in der Geschichte des Islam in einem völlig anderen Kontext abging, ist in hohem Maße sinnlos. Zu entschuldigen, dass die atheistischen Regime, die Atheismus als Staatsdoktrin hatten, zahlreiche Menschen vernichtet haben, hilft es nicht, hilft es nicht, hier irgendwie auf die Kirchengeschichte abzulenken. Das heißt, wir Christen sind keine intoleranten dogmatischen Hetzer, wir laden ein zur Liebe Gottes. Und ich kann meinem besten Willen nicht sehen, was daran intolerant sein soll. Amen.